Mir die Copacabana, ich tanze für dich wie ne Diva, bis zu nie wieder, heute nacht NACHT An die Copacabana Willkommen Leute zu einem neuen Video Scribble.io Und heute haben wir hier Knacki Sacki und ein Sacki Und ein Sacki Jochen am Start Und ich würde sagen Ja? Let's go oder Alter Ich brauche ja eigentlich nichts zu machen Das ist so einfach Lenny Nein Du musst das mal ernsthaft Also Hattest du das von dir mal? Nee Nehm ich das Okay 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 Du musst dir so vorstellen, ja? So Na Ja Ich kann kein Tablet haben, egal Hm Zirkuszelt Ich glaube du bist schonmal auf der guten Seite Bühne Bühne Ähm Warte mal Bühne Vorstellung Ektor Scheiße was sind das? Weil das sind Ne Hm Hä Das kann das sein Hä Also du hattest schon echt Ki Was ist denn Kino Ah Loll Aber beim Kino sind keine Vorhänge Hä Aber nicht so Das sieht halt mehr aus wie so ein Theater oder so Hans Jochen Ey Warte mal Okay Gar nicht so schwer Ist das richtig? Du hast Äh Sing Chang Äh What is this? Das ist eine Person Das ist der Macher von Facebook Ja Kein Plan wie der heißt Achso Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Hehehe Naan Mark Zuckerberg Ich wusste es Na Oh man Lenny Nichts Das ist wieder nichts Ähm Hä Was ist das? Das sieht aus wie ein Smiley Mann What the fuck Oh der fuck Oh der fuck Es sieht aus wie ein Pimmel alter da unten Stimmt Junge Ja ist Jetzt Es sieht Es sieht nicht besser aus Das könnte es aus wie ein Kondom oder so sein Mann das ist echt anstrengend so zu zeichen Hehehehe 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 Was ist das? Tube Nein Tube? Zahnpasta Zahnpasta richtig? Ja Hä? Pesto Zahnpastele Hehehehe Zahnpastele Hehehehe Zahnpastele Oh fuck Thermometer Oh mein Gott 2 Sekunden noch Puh das war voll knapp alter Ich musste erstmal Ich hab so viel falsch gemacht Hehehehe Okay Ich nehm dich jetzt in ein Land mit Was sehr lange schon her ist Keine Ahnung So Es gab da so Sachen Du kannst Zahnpastele Es ist ganz schlau Du kannst daran reiben So schwer ist es gar nicht Hmm Es ist wie so ein Hoden Ist daran Taschmuschi? Nee Kein Spaß Wie heißt denn? Ich weiß was es ist aber Daran kannst du reiben Und dann kommt sowas raus Hehehehe Hehehehe Ne das ist scheiße Ja so ein grüner Geil Äh so ein blauer Geil Aber ich weiß nicht wie die Lampe heißt Ja Was macht sie denn? Das was sie macht ist ja ein Achso ähm Hm Flaschengeist Nein Fast richtig Das bezieht sich ja auf die Lampe Äh auf das Achso Jetzt hab ich schon Lampe gesagt Wunderlampe Warum heißt das eigentlich Wunderlampe? Es läutet doch gar nicht Ich kenne jetzt keine Lampe What the fuck Okay Okay das ist jetzt ein Szenarium Was sehr oft bei uns passiert Äh Töten Tod Hehehehe Was ist das denn mit dem Krüppelkopf wieder? Hehehe Okay Vergewalten Was ist das denn? Junge Wahrscheinlich bist du das Was? Du hast einfach so mega hören Du hast einfach so mega hören Ach Hehehe Hehehe Ja was machen wir denn? Streiten Warte Also der spricht es ja Okay Der spricht den du der Also was auch immer das hier ne Das brachten nicht machen Ja Lappen Beleidigen? Aber das geht ja auch Nein 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 Alter Lenny Nein Was ist es denn? Junge wie kacke ist das denn? Lass Ich wollte Flo Was ist denn Flo? Nein Scheiße Flasche? Junge Du sagst ja das passiert bei uns Hehehe Flasche Ich leide dich als Lappen und du mich als Flasche Ohhhh Das war jetzt echt Ich hatte zu wenig Zeit Ich wollte es wie zu Silvester machen Hehehe Was ist wohl Silvester passiert? Ihr werdet es nie erfahren Okay warte Ähm Tim Ist es richtig? Weiblicher Hohn Ihhh Was ist das denn? Achso Ja Spongebob Hehehe Hehehe Ey guck mal wie Ey das sieht voll cool aus Sieht zwar nicht aus wie Spongebob aber Leiter Hashtag Hashtag Hehehe Junge Oh Ey das war jetzt ein bisschen Oh Hm Ja das andere war so Hydraulik irgendwas oder so Okay Timsohn Hehehe Hehehe Ja was ist denn das? Das besteht aus Und das sind Bälle Also sind das Fleisch Bällchen Lenny Mann ey Hehehe 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 Fleischbällchen Hehehe Scheiße bin ich eh gespielt Fleischbällchen Wollt ihr einen zweiten Part? Dann lasst einen Daumen nach oben da und guckt bei Lenny den Lappen vorbei Ciao Schönen 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 Hehehe Giuff J H Untertitelung des ZDF, 2020